Pam Pam, euer Chu wieder da. Mit Let's Play Sacred. Oh Gott, es laggt. Ja, wir sind stehen geblieben hier in Poxenantal und müssen natürlich hier rüber, um nach Sharanu zu gelangen. Wir haben einen tollen neuen Stab, tolle neue Handschuhe und ja, meine Aue spackt wieder rum. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall nach rechts, um nach Sharanu zu gelangen. Wir müssen ja das schwarze Buch holen und ja, das schwarze Buch müssen wir holen und das Element, das fünfte Element der Leere und ja, dann mache ich das mal. Dazu müssen wir aber nach Sharanu und dadurch auch hier noch lang in diese verlassene alte Stadt, hier gibt es ein Portal, ich glaube, da leitet uns auch hin, oder? Ich glaube, das Portal ist außer Betrieb. Oh Gott. Immer schön sterben, immer schön sterben, Leute. So, ja, ich glaube, das Portal ist außer Betrieb, wir werden es mal gleich testen. Jupp, das ist es. Fail. Also, ja, weiter nach oben, hier durch und ihr seht schon, hier gibt es wieder sehr schöne Gegner, und zwar Sharanu auf ihren Pferden, die mit Pfeilen und Bogen auf uns schießen. Das finde ich nicht so nett. Nein, nein. Geh drauf. Komm, bams. In your face. So. 7.171 Erfahrung. Man weiß ja, dass diese guten Herren viel Erfahrung da erlassen, aber es ist trotzdem noch viel, ne? Dass ich noch so einen guten Herrn... Aber warte, jetzt fliegt ein Flieger vorbei und das ist laut. Sorry, wenn man das im Video hört. So, bam. So, die da oben lasse ich mal. Äh, ja. Oh Gott, Flieger! Ich mache hier mal einen Schnitt, damit ihr das nicht hören müsst. Bis gleich. So, ich hoffe, jetzt ist wieder ruhig hier. Kann's doch nicht sein. Ja, das ist auch ein Weg mit einem Schittering, den ich... Wo ich finde, wenn man das Spiel nicht kennt, dass man sich vielleicht schwer tun könnte. Au, da kloppt nicht, aber ordentlich. Oh Gott, ich muss noch mal einen Schnitt machen. Ein Nieser! Ah, so, sorry. Aber den Nieser braucht ihr nicht im Let's Play, ne? Aber wie oft habe ich jetzt schon in Sacred genießt? Ich weiß es gar nicht, aber bestimmt zweistellig oft. Und hier ist alles voller Sendboten des, äh, Schadars. Ihr werdet später noch bestimmt merken warum. Das hat schon seinen Sinn. So, hier gibt es noch böse Magier und Steingeborene. Und das ist ein schöner Stein. Und dieser schöner Stein... Dieser schöner Stein. Schönes Deutsch. BÄMST! Und nämlich hierher. Und ich trink schon mal meinen letzten Sock der Hölle, merke ich gerade. Nicht schön. Ähm. Dreck der Verdammnis gibt's hier. Ja, wir nähern uns jetzt Schadar nur, was wieder mehr oder weniger in der Wüste liegt. Und, ja, dazu brauchten wir ein Portal. Und dieses Portal war diesmal ein heiliger magischer Stein. Ja. Nochmal ein kurzer Schnitt. Tut mir wirklich leid, aber es kommt noch ein Nieser. Ah, gute Güte. Tut mir das leid. So viele Schnitte, nur weil ich niesen muss. Naja, so, ich glaube jetzt ist es wieder gegangen. Hoffe ich doch. Ah, aber warum habe ich so viel Schaden gekriegt? Naja. Autsch! Deshalb wahrscheinlich, weil mich die mit... Äh, hier Sprengsätzen abwerfen. Pass mal auf, Pausen-Clown. Du auch. So, BÄMS. Ich hoffe, mein Sock der Hölle reicht noch eine Zeit. Ich habe natürlich immer einen mit... Witch Wonder. Und hier gibt es ja wieder diese schönen Skelette, ne? Und diese anderen guten Herren. Die ja überhaupt nicht nervig sind. Nein. Jetzt geht auch noch meine Aue aus. Heute haben wir wieder mal einen schönen Tag erwischt. Ja, komm, jetzt pustet mich der... Haini auch noch weg. Ja! Seht ihr das? Seht ihr das? Oh, ein Sock der Hölle. Oh, ist das schön. Schön, 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 schön. Ich habe sogar der... Söge der Hölle. Hab ich, ja? Kommst du mal. So, BÄMS. Da weißt du Bescheid. Und nochmal, BÄMS. So, ich hau jetzt ein Schild mal rein. Wenn mich die hier alle abschießen. Das finde ich nämlich nicht so nett. BÄMS. 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 Und ich habe keinen Zug mehr. So. Er kann jetzt ruhig noch so einen Zugtalle fallen lassen, Leute. Das fände ich, fände ich schwer in Ordnung. Damn. Verdammt. Naja, vielleicht später noch einer. So, und damit sind wir jetzt endgültig in Shadanua angekommen. Ähm, hier gibt es auch wieder Riesenspinnen. Ab und an. Also, so, ihr seht ihr ungefähr, wo ich bin, ne? Jetzt bin ich hier, so da, und Beams und dann, ne? Jetzt muss ich hier hin. Und dann schlussendlich hier hin. Ähm, da ist auch schon eine Angelegenheit. Angesprochene Riesenspinne. Trifft sich ja gut, wenn ich sie erwähne, ne? Dass auch gleich einer erscheint. BÄMS. Ich hätte einen Trank des Mentors trinken sollen. Naja. Die geben nämlich richtig fette Erfahrungen. Wenn man da einen Trank des Mentors trinkt. Oh, da unten ist ja eh noch einer. BÄMS. BÄMS. So. Komm, meier. Oh, das sind sogar zwei. Oh, ist das schön. Erfahrungen. Komm, jetzt lass dich doch treffen hier. BÄMS. Die spuckt erstmal wieder kleine Spinnen. So. 23.100 Erfahrungen. Ich glaube, jetzt wird deutlich, was ich gemeint hab. Komm, verreck. Nihahaha. So, ich muss hier weiter. Hier gibt's noch Sakara Priester. Enhülle und Fülle. Hab ich auch so gern, ne? Diese Gegner. Aber diese schwarzen Harpchen finde ich toll. Die finde ich awesome. Keine Ahnung. Die finde ich einfach genial. Oh, noch so eine Spinne. Heute werde ich aber echt und sogar ein Held. Heute werde ich echt belohnt. Für was auch immer. Aber ich werde belohnt. Oh, belohnt. BÄMS. 17.000. Warum bringt mir die weniger? Haltsam. Ja, dann haben wir 23.000 gebracht. Oh, und hier geht wieder die Party ab, hier. Bam. Bam. So, weiter hier lang und dann müssen wir in diese Hülle rein. Yay. So, die bringt uns jetzt in diese Hülle. Schon etwas größer ist als die vorherige. Und hier gibt's Ogerhäuptlinge. Und das sind auch Monster, die ich persönlich sehr gern mag. Ich weiß nicht, ich finde die einfach awesome. Ich kann mir nicht helfen. Die sind einfach awesome. Guckt sie euch an. Wenn der nicht awesome ist, dieser Typ hier, dann weiß ich auch nicht. Und das ist sogar noch einer. Bam. Bam. So, meine Aue ist wieder mal leer. Kennt man ja inzwischen dieses Problem, ne? Ja, ich hab's auch schon in den letzten Parts angesprochen. Die optionalen Teile haben wir, wage ich mal zu behaupten, abgeschlossen. Jetzt kümmern wir uns wirklich nur noch um die Story. Viel mehr haben wir nicht mehr zu tun. Und dann ist das Ganze auch schon bald gegessen. Die Kampagne Ancaria. Und ja, dann kann ich hier auch schon mal ankündigen, ne? Let's play together, Sacred Underworld und so. Ähm. Wird auch kommen. Und ja, wer Sacred schon geguckt hat, wird sich höchstwahrscheinlich über Underworld auch freuen, ne? Ich werde dann noch, es werden noch Videos kommen und bla und blub und ja. Ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Und dann, ja, ich freue mich schon auf das Underworld-Projekt zusammen mit dem guten Grandis und dem guten Paddy. Ähm. Ja. Fragen und anderes Zeug zu dem Projekt. Ähm. Könnt ihr mir per PN schicken. Und oder ihr wartet einfach, bis die Videos kommen, wo wir versuchen, alles aufzuklären. Ja. Uh, ein Set gegen Stand. Aber natürlich nicht für mich. Für die Waldelfin. Ein Schild. Was ein Bogenschütze mit einem Schild machen soll, frage ich mich auch ab und zu. Aber gut. Ein Minotau. Ist da nicht süß? Warum der kein Held ist, frage ich mich. Aber gut. Minotauern sind doch immer etwas Außerungnares als andere Tiere, ne? Ja, wir müssen uns jetzt hier durch den Weg rauf zum Schloss kämpfen. In diesem Schloss liegt nämlich das schwarze Buch und auch das letzte Element. Ja, und der Weg zum Schloss ist natürlich ein längerer Weg. Und wir finden eine Au des Geistes. Das ist doch mal schön. Bämst. Wäre ja zu einfach, wenn es hier gerade rauf geht. Nein, wir müssen hier Pac-Man-artig rundherum laufen. Ist ja schön. Naja. So kann es gehen, ne? Und wir finden Rune bis zum Gehtnichtmehr fällt mir auf. Alle paar Gegner lassen eine Rune fallen. Naja, auch nicht schlecht. So. Bäm. 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 Ja, man merkt, es kommen immer mehr Elite-Soldaten.